Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Extra-Teal-Konflikt. Ich baue die beiden Stationen auf und schaue nach dem Geld. 63, ich komme einfach nicht über 75, aber jetzt vielleicht. Ich muss schon gucken was ich jetzt in meinen beiden Fabriken bin ich leider immer noch nicht losgeworden. Was soll ich? Ein Antrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Jetzt muss ich mal gucken was ich überbauen soll. In welchem Sektor bin ich denn jetzt? Ach siehste ich wollte ja Energiezellen kaufen gleich. Naja egal. Ich bin jetzt im Herzogsreich und du willst ham? In Herzogsreich, die Teladi Energiepulskanonenschmiede. Du hast die Energiepulskanonenschmiede. Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. So, und jetzt habe ich nur noch Ionendisruptorschmiede. Wo soll die hin? Im Nebel des Elysiums. Ionendisruptorschmiede. Ionendisruptorschmiede gekauft. Nebel des Elysiums. Wo ist denn das? Da unten? so ich werte mal die beiden chokaro dass die da mal auftauchen ok dann kann ich ja hier den folgen ne nicht interessant so was hast du jetzt drinnen wo fuhr kristallfabrik M und da sind drei Fabriken drin die wir nicht brauchen da kostet ja gar keine so viel Platz jetzt könnte ich den gar nicht verwenden das muss ich wieder mal auf dem Zettelchen hier schreiben was da hier für Fabriken drin hat selbst wenn das einfach ist mache ich das dass ich dingerlos werde ok da soll sie hin hier ist ja fast gar nichts los so jetzt guck ich mal halt erstmal stehen bleiben Autopilot deaktiviert was hast du jetzt noch Mammut Fracht Bofu Chemie Labor L Bofu Chemie L dann hast du Kristallfabrik M von den Orgonen und eine Raumschmiede und eine Raumschmiede M das müssten Paraniden sein so dann gucken wir mal ob wir den Mist irgendwie loswerden hier so so Jokaro ok warntausch mit ok gut so Geld habe 76 so viel hat es noch nie haha so hier gibt es keine Mission ich guck mal was du anzubieten hast guck mal nochmal zu meinen Händlern hier steht irgendwo einer ach 1,46 Jupiter 2 ist wahrscheinlich nicht so erfolgsversprechend Jupiter 2 handelt will keiner handeln das ist Terra 005 Terra 005 da machst du mal Sektorhandel im unbekannten Sektor ich habe keine Ahnung ob das was bringt kommando akzeptiert probiere es einfach ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch zu faul zu gucken ob es überhaupt genug Stationen gibt so und dann nochmal gibt es noch einen der ewig rum steht 1,42 Saturn 3 Saturn 3 läuft auch nicht Ter 8 Halt nicht komm Handel und dann gehst du nämlich in den letzten verbleibenden Sektor den wir testen und dann ist das fertig und dann kann ich quasi warten gucken ob irgendwo hier sich was lohnt so gucken wir mal hier der ist schon Level 4 in Keters Untergang ist nicht so schlecht Asteroidengürtel das läuft ja auch kacke dann machst du in Omikron Lyrae dann wirst du nämlich der 0018 R 4 mal 0 18 und machst du den 0 0 18 machst du den Omikron Lyrae kommando akzeptiert ich kann die nachricht warntausch mit shokaro energiezellen ok schicken wir den nämlich wieder den versorger schicken wir wieder nach hause und dann gucken wir weiter zu den händlern so die 0 3 7 minuten 1 44 saturn 3 saturn 3 habe ich dich nicht schon weggeschickt saturn 3 du machst in schwarze sonne die 0 0 8 du wirst 0 1 9 du fliegst zur schwarze sonne und versuchst dort mal dein glück wo ist die schwarze sonne da was macht er denn jetzt hier ach so sie sprechen was wünschen sie ach sektorkarten sie sprechen fliegt hierher geheime operation sie sprechen mit dem auto ich werde ihnen die informationen jetzt zu senden autopilot der oxidat wo bin ich ihr nebel des elysiums ich flieg mal hier rüber nebel des elysiums mal gucken sprungantrieb wird geladen zehn prozent zwanzig dreißig vierzig fünfzig prozent sechzig siebzig achtzig neunzig initierer sprung nach nebel des elysiums erreicher system himmlischer offenbarung so handelsdok ups undockerlaubnis erteilt autopilot aktiviert himmlischer offenbarung eingehende nachricht gut mammut schocker ist auro ledigt jetzt kann ich mal gucken ja sie sprechen mit mass schwindelte informatio ach kartografie schicks dann guck ich mal hier hin sprungantrieb wird geladen zehn prozent zwanzig dreißig vierzig fünfzig prozent sechzig siebzig achtzig neunzig initiiere sprung nachdem ich will vielleicht wollen die ja eine meiner stationen haben Sieht auch nicht so aus. Och Mensch. Dann fliege ich wieder hier zurück. Gucken, ob es hier was Schönes gibt. Verzerrte Herrschaft. Dann fliegen wir mal da runter. So, du folgst mir dann mal und dir hole ich mal ein paar Energiezellen. Und gebe dir den Müll wieder, den ich so am einsammeln war. Oh, hier sieht es gut aus. Hier gibt es vier Missionen. Undockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Eingehende Nachricht. So, schalte das mal an. Autopilot deaktiviert. Damit du hier mir folgen kannst. Da komm, Randia. So weit weg bist du doch gar nicht. So. MAM brauche ich doch nicht. Materie, Antimaterie, Gefechtskopf. Transferiert. Computerkomponenten. Gefechtsköpfe. Transferiert. Banshee-Rakete. Mantis-Rakete. Flammenschwerd-Rapier-Rakete. Aurora-Rakete. Transferiert. Dann gibt es hier noch ein paar Energiezellen. Energiezellen. Transferiert. Aber nicht alle, falls ich hier irgendwo eine schöne Mission habe. Energiezellen. Transferiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Du musst hier hin. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Tracker Minenproduktionsanlage. Alpha. Ihr wollt doch jetzt bestimmt ein Bofu-Shiwila-Boil. Oder eine Kristallfabrik M. Oder eine Raumschmiede. Hab ich alles. Sie sprechen mit dem... Wer nötig ist. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteilen. Möchten Sie... Das ist mir zu wenig Geld. Also da bin ich schon ein bisschen verwöhnt. Sie sprechen mit dem... Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Es könnte sich... Das ist mir auch ein bisschen zu wenig Geld. Na gut. Dann fliege ich halt woanders hin. Die gibt es auch nur im militärischen Außenposten. Dann gucken wir mal zum Andreas Hauptquartier. 20%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, iniziere Sprung. Ich kann ja nicht mal gucken was jetzt... Was ich überhaupt an Geldmitteln habe jetzt. Erreiche System. Erreiche System. Das ist doch schön. Oh, da gibt es gleich zwei Proben. Ihr wollt irgendwas haben von mir. Händler. Ich benötige dringend Ihre Hilfe. Eine Steuer. Oh, hier. Guck mal. Die ganzen Leute hier. Na mal sehen. Ab zwei Stunden. Guck ich mir das. Dann schicke ich euch woanders hin. Atreus. Sonnenkraftwerk Ende. Hab ich nicht. Das ist... Ne, das ist nicht. Paranidenkristallfabrik Ende. Werden Sie die Aufgabe übernehmen? Ne, werde ich nicht. Leichte Mission mache ich nicht. Die bringt zu wenig Geld. Ich war gar nichts. Ne, auch nicht. Och Mensch. Och Mensch, wie sieht es denn hier aus? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiiere Sprung. Die Fabriken, die vergammeln im Laderaum. Erreiche System. Benelaus Oase. Och nicht. Dann gucken wir mal hier hin. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiiere Sprung. Erreiche System. Erreiche System. Eingehende Nachricht. Halt. So. Handfeuerwaffen. Transferiert. Gausgeschützmunition. Transfer. Materie. Antimaterie. Gefechtskopf. Tragkampfdrohne. Transfer. Computer Komponenten. Transferiert. Transferiert. Du kannst doch auch. Du kannst doch verkaufen. Gefechtskopf. Transferiert. Banshee Rakete. Transferiert. Das auch. Das auch. Das auch. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Dann machen wir was anderes. Dann fliege ich sofort während der Sünde. Da habe ich nämlich auch noch was vor. Hä? Ist da gar nichts? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiiere Sprung. Da ist ja gar nichts los. Da ist ja gar nichts los. Dann gucken wir mal hierher. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, eingehende Nachricht. Erreiche System. Zitadelle des Herzogs. Boah, hier ist aber viel los. Aber nicht das, was ich suche. Aber wir können das ja anders machen. Ich habe doch nicht umsonst überall Satelliten. Ich habe doch nicht umsonst überall Satelliten. Boah, ist das geil. Gucken wir hier. Drei Akamemnons. Na gut. Was haben die denn vor? Was ich mit denen will, muss ich wirklich nicht anlegen. Wie schalt? Was Predig aus Zuflucht. Gibt es doch nicht. Gibt es nicht. Ich suche eine Hyperion. Hä? Gibt es überall keine. Ich will mir nämlich noch eine Hyperion entern. Ich habe doch vorhin welche gesehen. Wo waren die die hier? Die kann ich nicht angreifen. Das geht nicht. Guck mal was das für eine Staffel ist. Das geht nicht. Sprungantrieb wird geladen. 10% 20 30 40 50 60 70 80 Wieso sind die alle zusammen? Wenn ich die mache, da habe ich keine Chance. Das geht nicht. Ich will nicht mehr entern. Aber dazu brauche ich wahrscheinlich erst ein anderes Schiff. Ein großes Schiff. Womit ich die Enter Kapseln abschießen kann. Erreiche System. Unheilige Herkunft. Die kämpfen hier mit irgendwas. Mit wem denn? Autopilot deaktiviert. Mit was kämpfen die denn? Was ist denn das da? Was ist denn hier los? Paraniten? Das sind doch alles Paraniten. Das sind alles Paraniten. Yaki. Aha. Den einen Yaki wollen die hier killen. Aber ich kann hier mir keine Hyperion rauspicken. Mal gucken, was hier los ist. Das geht ja gar nicht. Wenn ich hier eine Hyperion ändern will, dann habe ich keine Chance. Wieso gibt denn der noch was? Das ist ein beeindruckend geiles Schiff, finde ich. Will ich haben. Aber. Hier nicht. Nee. Die kämpfen ja immer noch. Liegt hier vielleicht was rum, was schönes? Nee. Wegen dem einen Yaki machen die jetzt Hiss und Zirkus, oder was? Ach, der erlebt doch mal lange. Hä? Da hat er schon 0, 0. Hä? Der geht nicht kaputt. Was ist denn da los? Wieso geht denn der nicht kaputt? Da hat er 0, 0 Schild und 0 Hülle. Die ballern alle drauf. Und da geht einfach nicht kaputt. Guck dir das mal an. Das habe ich noch nie erlebt. Was geht denn der nicht kaputt? Die haben sich ja selbst gekillt, oder was? Die kriegen... Das ist doch ein Bug. Drei Agamemnons. Drei Deimos. Und zwei Hyperions. Die schießen alle da drauf und kriegen das nicht gebunden. Ey, wo ist denn jetzt? Hau ihr ab? Und ich kann eine schöne Raketen einsammeln hier. Hä? Also... Könnt ihr mir das mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas schon mal erlebt habt? Das ist ja krass. Unzerstörbarer M4. Die Yaki, was haben sie denn da wieder entwickelt hier, hä? Was haben sie denn da entwickelt? Ah, das ist mehr ein Rätsel. Dass die das Ding nicht kaputt kriegen, hä? Da baut wieder Schild auf. Das ist ja übel. Guck mal hier, was... Was das für Dickschiffe sind. Die den hier angreifen. Und der fliegt einfach weiter. Die Hyperion, die greift hier an. Die Deimos. Die Agamemnon. Jetzt kommt die nächste Agamemnon. Jetzt kriegt sie gar die Hyperion hier noch Schaden. passen. Ey, Wahnsinn. Wie lange kämpfen die hier schon? ich speicher mal ab das ist komisch gut schreibt man die kommentare was da los ist hier ob ihr sowas auch schon erlebt habt ich werde mein elefanten hier holen da kann die ganzen scheiße einsammeln mit und da schaue ich mal was ich hier alles eingeladen krieg das mache ich einfach mal offline ich hab noch ich hab noch äh ich stelle das mal ein bisschen abseits hier beobachten mal die ganze sache ein bisschen frachtraum geschlossen kommando akzeptiert und da können wir doch ein bisschen was einsammeln soja kürze raketen da lebt immer noch und alles was ihr durch fliegt durch das tor wird durch friendly fire quasi kürz 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 sind kürz 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 dass du auch noch mit zerlegt wirst. Kommando akzeptiert. Das guck ich mir noch eine Weile an. Ich bedanke mir fürs Zuschauen. Hört mal in die Kommentare rein, was da los ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Danke, bis dann. Ciao, ciao.